und willkommen zurück zum nächsten Episode jetzt geht es direkt weiter mit der Schlacht das ist das ist Zeug besitzen hier herr war auch auch was Was ist da wieder so? Ach schön, jetzt komm ich da wieder raus. Da... Was? Bloodtocks? Was ist das? Bloodtocks? Gut. Mehr... Strike 2 Sending Strike Package to your vector. Stay clear of target zone, over. Strike Package is go! Repeat, Package is go! Down to offer at least Tornado 5 approaching. I got him! Negative. Ah, negative, I don't got him. So, lassen Sie mich jetzt in Ruhe. Uh, wow, voll der Zeitlupensprung. Ich komme mir vor, als ob ich in der Matrix bin. Ja, jetzt kommt wieder die Auswertung. 80.000... Oh, wieder keine Upgrades. Na gut, ich hab eigentlich genug. Uh, 1243 Militäreinheiten... äh... umgebracht. Manu... Oh, hier ist ein Resümee. Okay. Das packt wieder rum. Ja, jetzt springe ich das jetzt einfach mal. Ja, hm. Ich hab versucht, das Video doch nochmal zu laden, aber es hat nicht geklappt. Ähm, ja... Ich versuch's nochmal. Vielleicht krieg ich's ja jetzt hin. Ich versuch mal, das Video nachträglich einzufügen. Erstmal schnell speichern. Mal schauen. Vielleicht... vielleicht funktioniert's ja. Ja... Hm, und irgendwie... ... stockt Frapp's jetzt auch ganz schön. Ich weiß nicht warum. Na, ich versuch's nochmal. Na komm. Ja okay, zurück bei Prototype. Ich habe es nicht hinbekommen, das Video nachträglich einzufügen. Ich weiß nicht warum, wieso, weshalb das nicht ging. Es kam jetzt nicht nochmal. Drum starten wir jetzt schon wieder hier und es fällt mir schon wieder auf, dass wir so wenig Leben haben. Mysteriös, mysteriös. Wahrscheinlich werde ich die Mission jetzt hier auch nicht beenden können. Ich werde dann nach so einem Checkpoint dann wahrscheinlich abbrechen. Teil, die Videos stocken nicht, nur immer diese Blüten Resümee-Videos. Wer ist das denn? Na, ich wette, das ist dieser Militärtyp. Komm, der sah schon so aus vom Klamotten her. Ich frage mich bloß, warum sie so dann hier jetzt hilft, ja. Halt die Department of God. Halt die Halt die Bahn nicht zu tun. Und wer hat sie das? Das ist ein Hotel Diner. Ich denke, ich habe ihn verloren. Ich werde mich auf den Boden beantragen, wenn sie sie über die Stadt deployen. Nein, das ist nicht so. Los geht's 2 ist kaputt 2 ist kaputt So ein 3 ist defekt. Zerstört. und ich hab ja Genau, ich bin tot, fantastisch. Na gut, dann beende ich mal die Episode damit. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Mir hat sie nicht gefallen.